Wir machen heute mal ein Homeshopping Q&A. Nein, ich möchte euch einfach gerne unseren Shop ans Herz legen. Und wir werden auch ganz oft gefragt, warum wir denn jetzt plötzlich, oder plötzlich, wir haben ja seit einem Jahr, einen so doch relativ professionellen, möchte ich mal sagen, Online-Shop haben. Und der war eigentlich aus der Not heraus geboren. Wir haben viele von euch immer auf Stadtfesten, Schulsommerfesten, nach Vorträgen oder sonstigen Veranstaltungen an unserem Stand getroffen, wo wir eben die Dinge, die die Frauen, die syrischen Frauen vor Ort in den Camps herstellen, gezeigt und verkauft haben, damit diese Workshops für die Frauen weiter finanziert und gefördert werden können. Weil uns die Frauenausbildung und die Frauenberufsbildung ja auch sehr wichtig ist. Und Corona hat uns das natürlich unmöglich gemacht. Deswegen haben wir blitzschnell, wie es so unsere Art ist bei der Zeltschule, auf einen Online-Shop umgestellt und sind hellauf begeistert, wie toll das von euch angenommen wird und wie viele Zuschriften wir auch zum Beispiel aus Deutschlands Norden bekommen, wo die Leute sagen, das ist doch endlich mal was Positives an Corona, denn so können wir nämlich jetzt auch bei euch einkaufen. Wir hätten es sonst nie nach München zu euch geschafft. Und wir bilden immer mehr Frauen in unseren Workshops aus. Mittlerweile sind es über 600, worauf wir unglaublich stolz sind. Und deswegen haben wir natürlich auch immer mehr Produkte im Shop. Und deswegen bitte immer mal wieder bei uns vorbeischauen auf www.zeltschule.org. Wir haben fast immer wieder was Neues. Im Moment, jetzt für den Sommer, haben wir natürlich zum Beispiel unsere Sandalen, worauf die Frauen ganz besonders stolz sind, weil wir wirklich jeden einzelnen Aspekt von der Sohle über die bestickten Riemen, alles davon wird von uns handgemacht. Und das hat natürlich auch gedauert, bis die Frauen das so perfektioniert haben. Und deswegen sind sie unheimlich stolz darauf. Aber wir haben tausend andere Dinge. Wir haben die schönen Tücher, wir haben hundert verschiedene Taschen, wir haben Geldbeutel, Klatsches. Es gibt wirklich wahnsinnig viel. Und natürlich auch unsere bei den Kindern so beliebten Kuscheltiere, weil wir ja fast für jedes Tier, für jede Schule, für jeden Schulnamen, den wir haben, haben wir ja fast das passende Tier. Also für Geburtstage, Ostern, Weihnachten oder einfach nur so jeden Tag für eine Freude. Schaut bitte bei uns vorbei. Jeder Sand, den ihr in unserem Shop ausgibt, fließt direkt zurück zu den Menschen, die es brauchen. Vielen, vielen Dank.